Wenn einer den Lifestyle des Rock'n'Roll lebt, dann sind es die Burschen von GIGAROCKT! Wenn irgendein Band in ganz Deutschland rockt, ist es auf jeden Fall Kruger rockt. Unglaublich geil! Kruger Rock! Garantie! Jee, Harald! Rock the house! Ich denke gerade an mein letztes Event zurück und da haben die Jungs von Kruger Rock gespielt. Und ich kann euch eines sagen, ihr müsst euch das mal anschauen. Die Jungs sind mega, mega geil im engen Spaß. Wo gibt's die beste Musik in Deutschland? Immer genau da, wo Kruger rockt. Wenn der Harald Kruger mit seinen Leuten kommt, dann ist gute Stimmung garantiert. Jede einzelne und es waren nicht wenige Veranstaltungen, die wir bis jetzt zusammen durchgeführt haben, war echt für sich ein absolutes Highlight. Und einen ganz, ganz großen Anteil daran hatte die Musik, die der Harald und seine Leute gemacht haben. Ich bin begeistert und hoffe, sobald es wieder erlaubt ist und wir es tun können, dass wir genauso das fortsetzen. Kruger Rock! Für mich die perfekte Symbiose zwischen gutem Essen und toller Musik. Kruger Rock! Eine super tolle Band! Wenn die Herren von Kruger Rock bei uns im Keller zu Veranstaltungen spielen, bin ich immer die entspannteste schlechthin. Nach dem dritten Lied tanzen unsere Gäste, haben die Nacht ihres Lebens und alle sind glücklich. Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung mit Kruger Rock. Es war immer sensationell. Kruger Rock! Best in the world! Kruger Rockt, die Band, egal ob Küchenparty, Walking Dinner oder Wine and Dine, mit Kruger Rockt auf jeden Fall die richtige Wahl. Die steht selbst uns Köchen, die Show. Stimmung, Stimmung, Stimmung! Bei jeder Festlichkeit, die Band von Harald Kruger ist immer wieder ein Hit. Kruger Rockt! Kruger Rockt, super Band, immer wenn die bei uns sind, die Küchenparty jedes Jahr mit uns machen, im Sommer wie im Winter. Immer top Stimmung, besser geht's nicht. Kruger Rockt, eine Hammerband. Die rockenden Laden, das macht immer viel Spaß. Liebe Grüße von Süd. Kruger Rockt, einfach die Band des Kappenbänds. In meinem Leben war ich auf sehr, sehr viele Veranstaltungen eingeladen und die besten Veranstaltungen von allen waren immer die, wo Kruger Rockt gespielt hat. Kruger Rockt, eine ganz, ganz tolle Band und für jeden Veranstalter und für jeden Gast in den 50er da zu reden. Kruger Rockt, ein absolutes Mastwerk. Kruger Rockt, ein absolutes Mastwerk. Kruger Rockt, ein absolutes Mastwerk. Mit Freuden denke ich an unsere letzte Veranstaltung zurück. Es war einfach mega! Ja, eure Performance ist gerade für die Gastronomie einfach unglaublich gut, weil egal welcher Raum, egal welcher Saal, alles scheißegal, ihr rockt auch auf dem Schuhkarton und das macht euch so einmalig. Das ist Rock'n'Roll mit Hauptkontakt und das liebe ich. Wir haben so viele Events schon zusammen erlebt, ob das in Köln war, ob das in Berlin war oder hier in der Pfalz. Es wurde immer wahnsinnig gefeiert mit euch. Kein Mensch hat es auf den Stühlen gehalten und jeder hatte immer ein Glas Wein dabei und ich freue mich, wenn es endlich mal wieder soweit ist. Immer wenn wir Krüger Rock dabei haben, dann wissen wir zwei Dinge. Erstens, es wird schnell gebucht von unseren Gästen und darüber hinaus weiß ich, dass die Weltspitzensensation wird, weil Krüger Rock einfach wirklich absolut fantastisch ist. Ich hatte das große Glück, dass die Jungs bei meiner Hochzeit auch waren und das zieht richtig ab. Egal was ihr braucht, die Jungs haben es drauf. Mein Gott, was haben wir schon Partys erlebt, nicht nur bei uns hier im schönen Heinsberg, sondern auch in ganz Deutschland und es war in der Regel immer Krüger Rock dabei. Jungs, ihr seid die Besten, macht weiter so. Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung, die wir mit euch feiern dürfen. Ciao. Rock'n'Roll im 21. Jahrhundert. Das ist Krüger Rock und das ist auch ganz großes Kino.